Photovoltaikanlagen waren für sie schon immer eine sinnvolle Investition. Schließlich versprechen sie doppelten Gewinn. Einen ökologischen, dank klimaverträglicher Energieversorgung, und einen finanziellen, durch die Einspeisevergütung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes für ihren Solarstrom. Doch nach 20 Jahren ist mit dem bisherigen Vergütungssatz Schluss. Und nun? IBC Solar zeigt Ihnen, wie Sie mit einer Photovoltaikanlage auch nach 20 Jahren in eine sonnige Zukunft blicken können. Unser Ü20 Solarrechner liefert durch den Vergleich von Kosten, Rentabilität und ökologischen Aspekten ideale Möglichkeiten, damit Sie von Ihrem Dach auch weiterhin profitieren. Dazu geben Sie im Solarrechner einfach das Inbetriebnahmejahr, die Anlagengröße und Ihren jährlichen Stromverbrauch an. Schon sehen Sie passende Vorschläge zur Folgenutzung. Individuell und unverbindlich. Berechnungen können Ihnen bequem per Mail zugesandt und nachträglich angepasst werden. Egal, ob Sie Ihre alte Photovoltaikanlage auch bei niedrigerer Vergütung weiter betreiben wollen, auf Eigenverbrauch umstellen und somit teure Stromkosten sparen, Ihre Anlage mit einem Solarspeicher ausstatten, um ungenutzten Strom vom Tag in der Nacht nutzen und optional auf eine Notstromfunktion setzen zu können oder aber Platz für eine neue Photovoltaikanlage machen möchten, um dadurch von einer Notstromfunktion, höherer Effizienz und der Einspeisevergütung für weitere 20 Jahre zu profitieren. Mit dem Ü20 Solarrechner informieren Sie sich schon heute über die Möglichkeiten von morgen. Finden Sie Ihre Energielösung, damit Ihr Solarstrom Energie mit Zukunft bleibt. März 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 Untertitelung des ZDF, 2020